Hallöchen zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir und ich habe euch mal wieder ein paar Geschenkideen mitgebracht, die ihr super zu Weihnachten oder auch zu jeglichen anderen Anlässen verschenken könnt und ich hoffe sehr, dass die ein oder andere Geschenkidee dabei ist, die auch ihr gerne verschenken würdet. Als erstes zeige ich euch dazu, wie ihr einen Kuchen im Glas zubereiten könnt. Der hält sich ziemlich lange schön frisch und ist bestens für alle geeignet, die zwar gerne Kuchen essen, den aber nicht so gerne selber backen und dafür braucht ihr Mehl und Zucker, zimmerwarme Butter, etwas Milch, backfeste Schokodrops, ein Ei, Vanilleextrakt und etwas Backpulver. Die ganzen Mengenangaben und auch alle Geschenkideen verlinke ich euch unter dem Video in der Infobox, damit ihr euch das später in Ruhe einmal durchlesen könnt. Zuerst gebt ihr euch die Butter in eine Schüssel oder in ein hohes Gefäß, da wir ja nicht ganz so viel Butter haben und dann mixt ihr das Ganze für ein bis zwei Minuten auf. Anschließend kann der Zucker hinzu, den ihr auch noch mal für zwei Minuten lang durchmixt, bevor dann zuletzt noch das Ei dazu kommt, das ihr auch wieder gut untermixst. Zu eurem Mehl mischt ihr dann noch das Backpulver und dann könnt ihr das zur Butter geben, genauso wie die Milch und das Vanilleextrakt. Und wenn ihr das dann gut miteinander verrührt habt und ein relativ homogener Teig entstanden ist, können zum Schluss noch die Schokodrops untergehoben werden. Lasst euch hier nur ein paar Drops für das Topping übrig, ansonsten könnt ihr da so viel reinhauen, wie ihr gerne möchtet. Dann braucht ihr natürlich auch noch ein Weckglas, von dem ihr euch am besten den Deckel abnehmt, da das Glas so später besser aus dem Ofen herausgeholt werden kann und natürlich auch, damit euch das Gummi da nicht schmelzen kann. Und dann fettet ihr euch das Glas gut mit etwas Butter ein und füllt bis zu zwei Drittel euren Teig hinein. Es soll auf jeden Fall noch ausreichend Platz bleiben, wenn der Kuchen später im Ofen noch aufgeht. Für das Topping könnt ihr dann noch ein paar Schokodrops obendrauf verteilen und dann geht es so bei 175 Grad Ober- und Unterhitze für ungefähr 30 Minuten in den vorgeheizten Backrofen. Nach dem Backen lasst ihr den Kuchen nur kurz auskühlen, damit das Glas halbwegs abgekühlt ist, wobei es eigentlich schon noch heiß sein sollte, genauso wie der Kuchen. Und dann kommt da eben vorsichtig der Deckel wieder drauf, damit ihr euch nicht verbrennt und dann verschließt ihr das wieder gut. So hält sich der Kuchen nämlich bis zu drei Wochen lang frisch, wenn ihr den wirklich noch heiß verschließt und ihr solltet auch unbedingt noch mit Datum auf eurem Kuchen vermerken, bis wann er haltbar ist, damit der Beschenkte das auch weiß. Als nächste Geschenkidee gibt es einen Kaffee-Likör. Das ist natürlich ein gutes Geschenk für alle Erwachsenen, ob für die Mama, Papa, Oma oder den Opa und selbst gemacht ist das natürlich auch immer etwas ganz Besonderes. Dafür braucht ihr etwas Vodka, einen Espresso oder alternativ einen sehr starken Kaffee, Zucker, eine halbe Vanilleschote und eine Flasche. Wenn ihr euch den Kaffee gemacht habt und solange er noch heiß ist, könnt ihr den Zucker hinzugeben und darin auflösen. Die halbe Vanilleschote schneidet ihr euch längs auf und kratzt das Mark heraus, das ihr dann auch zum Kaffee gebt, unterrührt und dann wartet ihr einfach ab, bis euch der Kaffee auskühlt. Dann könnt ihr mit Hilfe eines Trichters auch schon alles in eure Flasche füllen, also die Kaffeemischung sowie den Wodka und um eure Flasche beim Verschließen zusätzlich etwas abzudichten, damit auch wirklich nichts herausläuft, könnt ihr euch noch etwas Folie oder ein Stück eines Frischhaltebeutels zurechtschneiden. Das legt ihr euch dann auf die Flaschenöffnung, verschließt sie mit dem Korken und dann könnt ihr den Überschuss zuletzt noch wegschneiden. Als dritte Geschenkidee zeige ich euch, wie ihr mega leckere Pralinen selbst zubereiten könnt. Pralinen kommen natürlich immer gut an und ich zeige euch dazu eine winterliche Variante mit einer Orangen-Schoko-Füllung, wobei ihr natürlich auch jede andere Geschmacksrichtung eurer Wahl wählen könnt. Zuerst bereiten wir die Füllung für die Pralinen vor und dafür braucht ihr gehackte weiße Kuvertüre, etwas Sahne, den Abrieb einer frischen Bio-Orange und Orangenaroma. Auch hierzu findet ihr die Mengenangaben unter dem Video in der Infobox. Wir fangen mit der Sahne an, die in einen Topf kommt und aufgekocht wird und sobald sie dann zu köcheln beginnt, kann die Kuvertüre hinzu. Dann nehmt ihr den Topf eigentlich auch schon wieder vom Herd, lasst die Kuvertüre einfach nur darin schmelzen und sobald sie dann ganz geschmolzen ist, können ein paar Tropfen vom Aroma hinzu, sowie die Orangen schallen. Damit ist die Füllung erst einmal fertig, ihr stellt den Topf einfach beiseite und dann geht es mit den eigentlichen Pralinen weiter. Für die braucht ihr gehackte Zartbitter oder Vollmilchkuvertüre, wobei ich persönlich Zartbitter bevorzugen würde, gerade zu den Orangen. Und dann fangen wir damit an, die Kuvertüre zu temperieren. Das bedeutet, dass ihr ungefähr zwei Drittel der Kuvertüre über einem Wasserbad schmelzt und sobald dieser Teil dann ganz geschmolzen ist, wird das letzte Drittel dazu gegeben und dann schmilzt es durch die Wärme der geschmolzenen Kuvertüre. Das rührt ihr dann immer gut um, bis alles einheitlich geschmolzen ist und gerade durch dieses Temperieren der Kuvertüre werden eure Pralinen am Ende einen richtig schönen Glanz erhalten. Nun braucht ihr natürlich noch eine Pralinenform aus Silikon und bestenfalls noch ein Backpapier als Unterlage. Ich weiß ja nicht, wie das bei euch so laufen wird, aber ich sau da immer mega rum, weswegen das Backpapier eigentlich super sinnvoll war. In die Pralinenform füllt ihr dann etwas eurer Kuvertüre, die ihr auch noch schön an den Rändern hochzieht und zuletzt stürzt ihr die Pralinenform einmal auf das Backpapier, klopft das so ein bisschen aus und dann kann dieser ganze Überschuss an Schokolade herauslaufen und wenn ihr damit fertig seid, geht es für fünf Minuten in den Kühlschrank, damit die Kuvertüre anhärten kann und danach wird die Ganache, also diese Orangenschokolade, die wir vorher vorbereitet haben, in einen Frühstücksbeutel gefüllt. Da schneidet ihr euch ein kleines Loch vorne rein und befüllt eure Pralinen damit. Wenn ihr auch damit fertig seid, geht es für 15 Minuten ins Gefrierfach. Ihr solltet da auch ein bisschen schnell arbeiten, damit die temperierte Kuvertüre nicht so schnell fest wird und sobald eure Ganache dann auch fest geworden ist, kann die restliche Kuvertüre darüber, die ihr dann mit einer Streichpalette oder falls ihr sowas nicht habt, könnt ihr auch eine Teilkarte oder eben irgendein großes Messer verwenden und dann könnt ihr die Kuvertüre einfach über eure Pralinenform schraben. Dann kommt das nämlich perfekt in die ganzen Zwischenräume und ihr könnt die Pralinen später auch ganz gut wieder aus eurer Form lösen. Zuletzt geht es dann aber auch nochmal für mindestens 15 Minuten in den Kühlschrank. Je länger, desto besser und dann könnt ihr auch schon vorsichtig eure Pralinen herausnehmen, einpacken und verschenken. Als nächstes zeige ich euch, wie ihr Tassen selbst gestalten könnt. Ich verschenke generell immer ganz gerne Tassen und wenn die selbst gestaltet sind, kann man die natürlich auch noch ganz genau auf den zu Beschenkenden anpassen. Ich zeige euch jetzt mal ein paar verschiedene Motive, die ich jetzt einfach gemacht habe. Was ihr auf jeden Fall braucht, sind Tassen, egal welcher Form und Porzellanmaler. Ich habe welche von Edding verwendet, aber da gibt es bestimmt noch ganz viele andere. Ich habe dann auch ganz ehrlich einfach drauf losgemalt, wobei ich im Nachhinein doch vielleicht lieber mit etwas Klarsichtfolie hätte üben können, damit man einfach ein besseres Gefühl für die Schreibdicke gewinnen kann. Aber letztendlich war ich dann ganz zufrieden damit und auch wenn ihr euch vermahlen solltet, könnt ihr das in diesem Zeitpunkt noch immer mit einem feuchten Tuch oder einfach mit den Fingern so leicht abwischen. Erst wenn ihr fertig seid, muss die Farbe dann für 15 Minuten lang antrocknen, dann wird es schon ein bisschen schwieriger mit wegwischen. Und ganz zum Schluss, wenn ihr dann mit eurer Tasse fertig seid, geht es bei 160 Grad in den vorgeheizten Ofen damit. Nach 30 Minuten ist dann das Motiv fest auf der Tasse und ihr könnt sie auch komplett waschen. Ich hatte da auf jeden Fall mega viel Spaß mitgehabt und war froh, dass ich gleich drei Tassen zum Anmalen hatte. Ich finde auch, dass es eine schöne Idee wäre, einfach so eine Blankotasse mit den Stiften zu verschenken. Aber da müsst ihr natürlich gucken, wen ihr da beschenken möchtet und ob derjenige dann überhaupt Spaß mit sowas hätte. Zuletzt gibt es noch eine Geschenkidee für alle, die gerne kochen und auch immer gerne neue Gerichte ausprobieren. Dazu zeige ich euch, wie ihr ein aromatisiertes Öl herstellen könnt, das wirklich einen ganz tollen Geschmack hat und jegliche Gerichte wunderbar verfeinert. Dafür braucht ihr frische Chilischoten, Knoblauch, frischen Thymian und ein neutrales Öl wie zum Beispiel Sonnenblumenöl. Als erstes schneidet ihr mit einem Messer ganz leicht in die Oberfläche eures Knoblauchs, ebenso wie bei der Chilischote. Und das solltet ihr gerade deshalb so leicht machen, damit das Aroma zwar freigesetzt wird, die Zutaten im Glas dann später aber noch ganz sind. Ich finde, das sieht einfach ein bisschen schöner aus, als wenn ihr da einfach so zerstückelte Sachen ins Glas packt. Dann braucht ihr wieder eine Flasche, in die ihr eure Zutaten füllt, also den Knoblauch, die Chili und den Thymian und dann gießt ihr das zuletzt nur noch mit dem Öl auf. Zum Schluss wird die Flasche gut verschlossen, am besten wieder mit etwas Folie zum Abdichten und dann sollte das Öl bestenfalls noch mindestens eine Woche lang durchziehen, wobei das schon ziemlich schnell sehr aromatisch wird, weil wir die ganzen Zutaten ja leicht angeschnitten haben. So ihr Lieben, das waren jetzt meine weiteren 5 Geschenkideen für euch und ich hoffe sehr, dass sie euch gefallen haben. Falls ihr noch weitere Geschenkideen für mich habt, dann schreibt sie mir gerne in die Kommentare. Gerade jetzt vor Weihnachten kann ich da besonders viele gebrauchen. Ansonsten wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Nachmachen. Wenn ihr noch mehr Anregungen braucht, könnt ihr ja gerne mal in meinem letzten Geschenkideen-Video vorbeischauen und wir sehen uns dann das nächste Mal mit einem neuen Video von mir wieder. Bis dann, tschüss!